Ah, aber ich sag, ich muss mich kurz blüten. Deswegen hab ich grad so unkommentiert. Schon scheiße, ne? Der kommt, der kommt, der kommt. Ah, sehr gut. Kann ich hier direkt jetzt wieder greifen? Ah, jawoll! So ist das richtig. So ist das richtig. Der kommt! Boah, so ist das richtig! Aua! Drecksack! Das könnte es jetzt ernsthaft sein. Scheiße! Fuck! Kacke! Man soll den Tag niemals vor dem Abend lupen. Sagt ein weißer Mann. Und verschwand. Ernsthaft? Nee. Boah, das hat so gut angefangen, diese... Das war, weil ich mich kurz muten muss. War das in dem Jahr? War das in dem? Außer mal das größte. Oh Gott. Mal. Ja, hier kommen auf... Op, 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 op. Komm, so. Ich hätte doch jetzt noch einmal mehr so ein gutes, ein bisschen Glück haben können. Wo ich hätte wirklich dann, äh, mal... Oh Gott, bin ich von meinem Stick abgerutscht und... So. Come on. Das kann nicht wahr sein, dieses scheiß Feuer! Warum kann ich nachher nicht mehr so viel Münzen geben, wie jetzt? Ich will nicht mehr so viel Münzen geben. Ich weiß nicht, wie jetzt das ist. Ich bin mir schreit. Ich bin mir schreit. Ah! ja hihihi 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 wixer okay jetzt muss ich warten bis das hier weg ist weil das da ist einfach jetzt Mord hihihi hihihi so komm mach was schnell fang dich an zu trennen bevor die blauen dinger kommen schnell ach das gibt es nicht das gibt es nicht ich glaube ich muss es einfach wirklich lassen wenn der so speit das ist viel zu viel risiko so komm auf nein oh gott da stehe ich hier vorne aber ziemlich gut eigentlich noch die menschle hole ich nicht die ist mir sie liegt mir zu scheiße dafür ich die hole der war sehr gut erst mal noch leben voll machen oh Leute wie hat das hier wackelt und wie einfach der kampf auf eine ebene von einem stern schrumpft das kampf hält das weckt das weckt er denn schon ja ok nicht alter Mario was haben wir alles zusammen durchlebt doch es ist so traurig dass es bald vorbei ist komm was da wäre der punkt den ich treffen müsste um es zu schaffen boah wie kann man so inkompetent wie ich sein immer bei diesem letzten scheiß scheiß kack teil falsche richtung nein zu früh boah das gibt es nicht da gibt es noch viel weniger Kokos ich bin scheiße nein nein Oh, Vasa, du bist doch scheiße. Vielleicht geht weit leichter wieder. Ich würde mal behaupten, der war wirklich nicht weit vorbei. Oh, da war auch noch einer. Oh, da war auch noch einer. Und wird der, wird der, wird der. Der wird. Ja! Wenn ich jetzt alle vier machen muss, dann muss ich kotzen. Ja! Ich glaub's nicht. Du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden. Dann habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Frieden zurück in die Welten. Der Gemälde. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Ah! Das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwinde. So lang bis, so lang. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Riesenstern. Riesenstern. Geschafft. Jetzt habe ich Flügel. Wow. Geil. Kommt ihr wahrscheinlich noch so ein Auto, ein kleiner Film. Da oben steht Yoshi. Der Stern war Peach. Wow. Geil. Mario hatte Peach in der Tasche. Voll nice. Es gibt zwei. Ah ne. Es gibt mehrere Pilze. Stimmt. Die waren überhaupt verteilt. Die Toads. Die Macht der Sterne ruht wieder sicher im Schlafschnee. Ich weiß nicht mehr. Ich bin tot mit S. C-H. Und alles dank deiner Hilfe. Vielen Dank, Mario. Wir haben eine Überraschung für dich. Auf die Nase. Hat er es genießt? Hört alle her. Lasst uns einen leckeren Kuchen backen. Für Mario. Herz hat es Mario. Mario hat jetzt gepunktet. Aber richtig. Richtig nice. Sehen wir jetzt nochmal in Yoshi. Der Frieden ist wieder da. In den Gemälden. Im Schloss Peach ist zurück. Ah. Einblick in die Welten. Die Welt hier, die war, die war auch richtig nice gewesen. Die hat, die hat man auch sehr schnell durch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da gab es so ein kleiner, kleines Problem, weil man mit, äh, mit dem Eisending da durch, durch den Strudelab. Und der Alkan und eigentlich. Och, der Pinguin und seine Rutsche. Auch schönes Erlebnis. Muss sagen, das Spiel hat nur schöne Erlebnisse gehabt. Oh, was ist das da? Sieht aus. Ah, Big Boo. Ah, die, die, der Dächer Jump. Ah, geh mir weg mit der grünen Giftgrotte. Aber trotzdem geil. Ah, wie war das? Gulli war Gumpa? Ne, doch, Gulli war Gumpa war das da. Das hat uns auch ein paar Nerven gekostet. Labern, da kommen wir im Vulkan. Die Wüste. Draußen, innen, überall. Und da die Hände noch als Gegner. Ach ja, das war mit dem U-Boot, wo man durch die Ringe von dem Rochen schwimmen musste. Ah, der Eisatem vom Schneemann. War das da als Bilder von mir alles, wo ich da gemacht hab? Atlantis-Aquarium mit der Geheimstadt. Oder Wasserstadt. Ach, unser süßes Äffchen bei den Fliegenpilzen. Also ich, jetzt ging, zum Schluss hab ich die Namen alle drauf. Da war auch Gulli war Gumpa. Ja, das war auch Gulli war Gumpa. Oh, Tick-Tack-Trauma. Oh, die zwei Pendeln. Da, wo die blauen Münzen waren. Die haben wir vorher noch gemacht. Diese Welt. Ach, jetzt geht's noch um die Geheimwelten. Das war auch ganz am Anfang. Wo wir zum Piratenbucht erstmal sind. Wenn ich die an entdeckt habe. Hier, grüner Schalter. Boah, wie schnell ich die jetzt mal kenne. Voll geil. Na, hier sind wir jetzt direkt beim U-Boot, wenn der Wasser werft. Da oben wollte ich auch drauf. Der sackiert uns. Ah, der Schneemann. Jetzt winken sie. Oh mein Gott, das Spiel ist vorbei. Es ist so traurig. Oh, der hat uns die ganze Zeit fleißig gefilmt. Oh, Joshi steht oben. Ende. Vielen Dank. Danke so much, dass du mein Spiel spielen willst. Okay. Ende war nice. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen von dem Let's Play. Ähm, vielleicht wird irgendwann... Vielleicht werde ich irgendwann mal wieder... Zweite Runde starten. Ich weiß es noch nicht. Werden mal sehen. Vielleicht kommt ja auch irgendwann nochmal eine Fortsetzung von Mario. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vom Let's Play, von dieser Folge, von allen. Bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise guckt in die anderen Let's Plays rein. Auf jeden Fall. Ciao und haut rein, Leute. Ciao.